Yo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Martendo. Wir sind bei einem neuen Part von New Super Mario Bros. Wii, um genau zu sein bei Part Nummer 21. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht, habt ihr wahrscheinlich schon Super Mario 64, äh, das Ende gesehen. Ich will auch hier nochmal sagen, ich gebe nochmal bekannt, wann dann das neue Projekt beginnt. Entweder im Community-Tab oder, äh, auf Twitter. By the way, folgt mir auf Twitter und guckt immer mal in meinen Community-Tab, weil ich da halt sehr oft, äh, bekannt gebe, wann ein neues Projekt startet, ob mal keine Videos kommen und so vieles. Mehr noch. So, aber jetzt starten wir rein, äh, in den neuen Part Super Mario Bros. Wii. So. Wir, ich sehe gerade, wir haben ein paar Levels offen. Das ist Welt 5, Level 2, deswegen machen wir das hier zuerst. So, und da sind wir auch schon. Oh, Wickler. Die habe ich gehasst. Auch wenn ich den Wickler immer mal in Mario Kart 7 gefahren bin. Ja. Lacht mich aus. Ja, ich bin den wirklich mal, äh, eine längere Zeit tatsächlich gefahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du Hurensohn. So. Oh mein Gott. Oh, das ist ein Starcoin. Ach, Bruder. Das war unüberlegt. Hm. Hm. Ganz großartig. Tick. Ach, du kleine Ohre. Du kleine Bro. Was? Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen wollte. Das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck are you? Was zum Fick bist du? Oh mein Gott. Das ist so wie so ein Spam-Level in Super Mario Maker 2, Alter. So was ist das, glaube ich. Sehr behindert. Oh mein Gott. 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 Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? Wie komme ich da am besten durch? Oh lol. Oh mein Gott. Von wo kommen die? Von wo kommen die denn alle? Oh mein Gott. Mach schneller. Mach schneller, Bruder. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du kleine Fotze Du kleine Fotzenfledermaus Alter, du bist so eine Drecksau So eine Kleine Drecksau Ja Sehr interessant Wir versuchen natürlich Möglichst bis zur Bis zur Burg zu kommen Och man, ey, das war so Dumm Das war so fucking dumm Oh lol Ja, Bruder Bruder, diesmal hatte ich Nicht genug Anlauf Dann jetzt aber Ja, jetzt habe ich genug Ja, hör auf aggressive zu sein Mann Mann, ey, immer diese Wiggler Feuerblume So, ich weiß, dass hier jetzt ein Wiggler kommt, Alter Junge Bruder Zum Glück kann man durch die durch Oder beziehungsweise auf die Drauf und dann Ja, ihr wisst, was ich meine Denke ich Oh lol, das war tricky Ach, du Fotze Ja, begleite mich mal ein bisschen Mach das Sehr nett Ob hier oben eine Starcoin ist? Hier oben ist safe eine Starcoin Das war so klar, Alter Das war so klar, Alter Junge, das ist so offensichtlich Dass wenn Es irgendwo Auch in irgendeiner Situation Ein Secret Exit Mitten im Level gibt Dann Kann man schon eigentlich davon ausgehen Dass es eigentlich so gut wie immer Eine Starcoin gibt Ist halt einfach so Oh lol, ich lande natürlich genau auf einem Wiggler Und genau neben einer Fledermaus Verpiss dich mal Dankeschön Sehr gnädig Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Fotze Bruder Muss komplett groß Okay Easy, sogar den One-Up bekommen Das ist not bad Kann man mit leben Kann man auf jeden Fall damit leben Oh lol Das war die Fehler von meinem Mikrofonarm Was ist das denn, Alter Mir fällt jetzt gerade erstmal wieder ein Wie hässlich dieser Typ eigentlich ist Tschüss, was ist das Ernsthaft, jetzt komme ich hier nicht durch Ach Bruder Ernsthaft Hallo, bewegt dich mal hier Oh, hast du einen Arsch offen Bro, verkackt Hast du einen Arsch offen oder was Mann Bro, lass mich da doch durch Verfickt Scheiße Mach ich hier erstmal das Castle Das dauert mir jetzt ehrlich gesagt zu lang Also, ja, die Burg Ich weiß ja nicht, wie das das Castle ist Das Ich sag einfach Burg Oh nein Nein Oh mein Gott Ich hasse Spikes Ich hasse Spikes Bis zum Tod Ohne Scheiß Da könnt ihr mich noch im Grab damit jagen No joke Ah Hab ich schon gewundert Ist hier ne Starcoin Ist hier ne Starcoin Bruder, gib mir deine Starcoin Gib mir die Starcoin Sofern du eine hast Wenn du euer hast Da oben ist ne Starcoin Verfickte Scheiße Okay, warte Die können wir uns easy krallen Easy peasy Zack So Haben wir Starcoin 1 Das ist gar nicht so einfach Das ist echt gar nicht so einfach Das ist sehr viel Es ist sehr viel tricky Shit Wirklich sehr viel tricky shit Bruder Da brauchst du echt Geduld Da brauchst du halt echt fucking Geduld Hm Eigenartig Jeets Oh nein Viele Münzen Oh mein Gott Das ist ein One-Up Den will ich haben Den will ich haben Den will ich haben Den will ich haben Bruder Fotzen Sohn Verpisst er sich einfach Oh mein Gott 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 Aber immer noch Nicht Aber immer noch Keine zweite Starcoin In Sicht Oh doch Ach man Jetzt komm ich da nicht mal mehr ran Wißt du Ich komm da jetzt nicht mal mehr ran Ach Bruder Ja da sterbe ich lieber Ganz ehrlich Real Rap Da sterbe ich lieber Ach jetzt bewegen sich die Fotzen Söhne Das bringt mir halt genauso wenig Das bringt mir wirklich genauso wenig Ach man Das ist Abfuck Das ist echt Abfuck Aber ein Pilz Okay Scheiße ich halt wieder auf den One-Up Oh mein Gott Mann Ich will jetzt endlich Hier hin Genau Dankeschön 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 Oh mein Gott Jump 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 MDR Jump Bruder Mach's nicht gefährlich Gummi nicht zu nah Okay Bruder Jetzt musst du durchziehen Okay Scheiß drauf Scheiß drauf Wirklich Real Rap Scheiß drauf Oh mein Gott Das ist riskant Das ist echt riskant Riskanter Weg den ich hier einschlag Bruder ich kann nicht mal die dritte Starcoin holen Ach man Nein ich kann ihn mir echt nicht holen Weil man einen Pilz da verbraucht Und leider Habe ich ja keinen Pilz mehr Hm Ich frage mich nur warum Ey Ne ich beiß dich nicht in den Arsch Siehst du aus? Du Luigi Du Luigi Verschnitt Scheiß Luigi Verschnitt Piss dich alter Piss dich alter Piss dich alter Okay Nein ich hab's nicht so gemeint Ich hab's nicht so gemeint Lol Spaß Spaß ich hab's so Ich hab's nicht so gemeint Hohrensohn Piss dich Verpiss Oh mein Gott Hau ab Tschüssi Jeet Ähm Dankeschön I'm the number one We are number one Du 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 Okay Ja natürlich mit einem Jump Ist der auf einmal so komplett weg Alter Alter jetzt seh ich erstmal wie lang die Welt eigentlich ist Ach du scheiße Real Raps Jetzt Real Rap Meine ich Nicht Real Raps Real Rap Jetzt Realisiere ich das erstmal Wie Äh Groß die Welt eigentlich ist What the fuck Oh wow der Weg ist endlich mal frei Ehre Ehre geht raus Ehre geht komplett raus Aber wir holen uns noch vorher kurz einen Pilz Und jetzt können wir in die Welt Also Welt 5 Level 3 So meine ich das Oh Oh mein Gott Die Viecher gibt's ja auch noch Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Du Untermensch Du Untermensch Bruder du Untermensch Ach nö Jetzt ist mein Pilz weg Ach verficktes Wichsding Alles deine Schuld du Hure Kleine Fotze Oh Mein Gott Ich hab's nicht so gemeint Ich hab's nicht so gemeint Eh Junge Wie behindert ist das Wie behindert ist das eigentlich Ach Mann ey Aber okay Neuer Versuch Neuer Versuch Ich geh das nochmal an Okay Tschau Bruder mein Pilz ist wieder weg Irgendeiner Drecksau Ha Kommt's nicht weiter Oh mein Gott So Hätten wir das Hier geht's doch bestimmt rein Hier geht's doch bestimmt rein Ja ich wusste es Gib mir was Gutes Ich schwör dir Wenn ich dann mit nem 1up wieder rausgehe Dann Äh Ja Wär's ja mein typisches Lack Stern Bruder Was Was soll mir jetzt ein scheiß Stern bringen Jetzt mal real rap Was soll mir hier Ein Stern bringen Wodurch ich halt Nicht mal an die Starcoin rankomme Ich komm da halt echt Nicht mal an die Starcoin ran Dadurch Also halt Echt nutzlos Da verrecke ich lieber Ja Ganz genau Da verrecke ich lieber Lol Da habt ihr meinen Real Talk Gehört Spaß Tschüssi Tschüssi Meister Meister proper Jetzt warte ich lieber Bis ich mir den Pilz hole Jetzt hole ich ihn in mir Zack Easy Oh Das war knapp Würde ich mal sagen Oder warum Machst du eigentlich immer Diesen traurigen Blick Mann Was ist mit dir Kann man gut gebrauchen Oh Das kann man auch gut gebrauchen Das kann man gut gebrauchen Gerade jetzt vor allem So let's go Bruder Ernsthaft Oh Lol Ja Genau Okay Wir fliegen jetzt einfach mal Ein ganzes Stück Um hier einiges zu überspringen Ich sag mal so Das ist halt Mit dem Propeller Pilz Eigentlich Eigentlich Easy Zumindest Sollte es so sein Nee Digga Ich bleib lieber Bei meinem Propeller Pils Ah Oh Digga Habt ihr gesehen Wie diese komische Dreckskreatur Geflogen ist Habt ihr das gesehen Fand ich irgendwie Schon lustig Okay Bruder Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Alright So was war hier noch Ne Brauche ich nicht Ich hab Ich hab sowas schon als Pilz Vor dem Jahr Das ist Die bessere Variante Also Ja gut Kann man sich drum streiten Acht Jiet Warte Kopa Ich brauch dich noch Ich brauch dich Tatsächlich noch Hierfür Bruder Verpisst Oh lol Meine Fernbedienung Nein Meine Wii Motion Plus Inside Das war halt Wirklich meine Wii Motion Bubble Das war halt Wirklich meine Wii Motion Plus Hm Oh Ja Okay Oh mein Gott Bruder Mach doch nicht Mach doch nicht Kann ich bitte Komplett verschwinden Also bitte Wirklich Komplett verschwinden Holen wir uns doch gleich noch einen Noch einen Propellerpilz Jetzt kann's wieder losgehen Mit extra Flugkraft Freunde Der Gesellschaft Scheiß auf die Feuerblume Brauche ich nicht Piss dich So geht's auch Was war hier hinten Ach hier waren nur 8 Tote Münzen Ja dann sammeln wir die auch noch schnell ein Sieben Acht Wieder ein One Up Und zack Der war Nicht so lecker Ah warte hier ist es Ich hab die Starcoin komplett verschissen gerade Uff Bisschen schwerer auf jeden Fall Oh lol Was Willst du mich verarschen Ernsthaft Ach Bruder Da gehörst du hin Oh lol Bruder Mal schnell Mal schnell Oh Oh fuck Alter Schwede Oh nein Ich glaub das war nicht gut Das war unüberlegt Jetzt schnell Das ist doch nicht möglich Wie soll das möglich sein Will you rap mal Wie soll das möglich sein Okay Ja gut Ehre Geht raus Ach nö Komm gib mir wenigstens einen Pilz Ehre Yeet Komm mal schnell Ach man Ist klar Ist klar Verpiss dich Hä Hat dir einfach gar nichts gebracht Mann Warum Jetzt schmeiß ich sie wirklich gleich alter Jetzt schmeiß ich sie wirklich Mach ich eh nicht Ja Bruder Ähm Das ist auf jeden Fall Skill vom Feinsten You know So So Du Spagallo Piss dich Yeet Oh Münzen 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 Gut 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 Gute Ware Gute Ware Zum guten Preis Ha Der guckt halt echt so sad man Der guckt halt echt sad as fuck Ah Okay Bitte gib mir Pilz Bruder Bruder gib ihm Gib ihm Gib ihm Gib ihm Gib ihm Pilz Gönn ihm Gönn ihm einen Pilz Junge der macht aber auch immer nur Walljumps Weil der inkompetent ist Der ist so inkompetent So ein inkompetentes Stück Nintendo Figur Ach ja Mensch Schon bei 23 Minuten Raw Datei Okay Wir beenden die Party an der Stelle Lass ihn doch oben da Ist Wenn das euch gefallen hat Gib ihm ein Abo Um nichts mehr zu verpassen Aktiviert die Glocke Damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst Ihr wisst wie das läuft Okay Man sieht sich im nächsten Part Haut rein Und Tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020